Gedenkminute für den verstorbenen Polizisten Ruven Lauer am Karlsruher. Gedenkminute für den verstorbenen Polizisten Ruven Lauer am Karlsruher Gedenken an Ruven Lauer. Eine ganze Stadt verharrt in Ehrfurcht. Am vergangenen Samstag versammelten sich hunderte Menschen am Schlossplatz in Karlsruhe, um dem verstorbenen Polizisten Ruven Lauer die letzte Ehre zu erweisen. Geborgenheit, Trauer und ein stiller Gemeinschaftssinn herrschten über dem Platz, als die Bürger sich für eine Schweigeminute versammelten. Die Veranstaltung, organisiert von regionalen Behörden und der Polizeidirektion Karlsruhe, war ein bewegendes Zeichen der Solidarität und des Respekts für einen ihrer eigenen. Ruven Lauer, who tragically lost his life in the line of duty, was now honored by the community with a minute of silence. This moving memorial action took place not only in Karlsruhe, but also in other cities like Mannheim, where a minute of silence was also held. In silence, people remembered together the sacrifice that Lauer had made for the well-being of society. Der Schlossplatz in Karlsruhe, meist belebter Mittelpunkt des städtischen Treibens, erlebte eine seltene Stille. Die Menschen säumten die Straßen, einige hielten Kerzen in den Händen, andere trugen Schilder mit Botschaften des Beileids und der Anerkennung. Es war ein beeindruckendes Bild der Einigkeit und des Mitgefühls, als die schweigende Menge verharrte und auf diese Weise Wertschätzung und Respekt zeigte. Oberbürgermeister Frank Mentrup betonte, dass Ruven nicht nur ein Polizist war, sondern auch ein Freund, Ehemann und Vater und einen tiefen Einfluss auf die Gemeinschaft hatte. Seine Hingabe für den Dienst und seine Mitmenschen wird unvergessen bleiben. Kollegen und Freunde erzählten auch Anekdoten aus seinem Leben, was die emotionale Bindung und das hohe Ansehen Laos noch einmal unterstrich. Der Anlass war nicht nur eine Gelegenheit, sich zu verabschieden, sondern auch, um die wichtige Rolle zu betonen, die die Polizei in unserer Gesellschaft spielt. Oftmals setzen Polizeibeamte ihr Leben aufs Spiel, um die Sicherheit und das Wohl der Bürger zu gewährleisten, was leider zu oft als selbstverständlich angesehen wird. Ähnliche Schweigeminuten bei Veranstaltungen in Mannheim erinnerten auch daran und stärkten das Gemeinschaftsgefühl in der Region. Die Ereignisse in Karlsruhe und anderen Städten fanden in den sozialen Netzwerken eine breite Resonanz. Unter Hashtags wie Ruvenlauer gedenken und nie vergessen teilten Menschen ihre Gedanken und Erinnerungen und man sah unzählige Beiträge, die das Engagement und die Opferbereitschaft von Ruvenlauer würdigten. Diese digitale Manifestation der Anteilnahme war ein Spiegel der Stimmung, die vor Ort herrschte. Die Trauerfeierlichkeiten gehen weit über eine einfache Gedenkminute hinaus. Nach der Stille folgte ein gemeinsames Gebet, angeführt von Vertretern verschiedener Glaubensrichtungen, was die inklusivere und vielfältigere Verbundenheit der Stadtgesellschaft widerspiegelte. Zudem wurden Blumen niedergelegt und ein Gedenkstein enthüllt, der zukünftig an Ruvenlauer und sein Opfer erinnern soll. Die Veranstaltung in Karlsruhe war ein klares Signal. In Zeiten der Trauer rückt die Gemeinschaft zusammen, um einander Halt zu geben und diejenigen zu ehren, die im Dienst an der Gesellschaft gestorben sind. Dies verlieh dem Tag nicht nur einen melancholischen, sondern auch einen hoffnungsvollen Unterton, da es zeigte, dass in schweren Zeiten das gemeinsame Gedenken und die Solidarität stets Bestand haben. Out on the Jaffs Work is Samstag 8. Juni.